Das ist Herr Bernd. Herr Bernd ist Lehrer. Beim nächsten Schulfest wird Herr Bernd einen Vortrag halten. Seine Präsentation soll auch auf der Homepage der Schule veröffentlicht werden. Für seine Präsentation braucht Herr Bernd noch ein Bild. Herr Bernd hat gehört, dass es Bilder unter freier Lizenz gibt, zum Beispiel in der Wikipedia. Herr Bernd weiß, dass er diese Bilder verwenden darf, ohne dass er dafür Geld zahlen müsste. Und ohne, dass er damit gegen das Urheberrecht verstößt und dafür dann Geld zahlen müsste. Also nimmt Herr Bernd einfach das Bild und baut es in seine Präsentation ein. Jetzt veröffentlicht Herr Bernd seine Präsentation und verletzt damit das Urheberrecht. Herr Bernd hat übersehen, dass fast jede freie Lizenz Bedingungen verlangt, die man bei der Nutzung einhalten muss. Und wenn Herr Bernd nur eine dieser Bedingungen nicht einhält, dann ist die Lizenz nicht gültig. Aber wie geht das mit diesen Bedingungen genau? Keine Sorge, Herr Bernd, wir können helfen. Es gibt zehn Dinge, die man beachten muss. Als erstes, ach was, als nulltes, das Allerwichtigste. Inhalte unter freier Lizenz bedeutet nicht lizenzfreie Inhalte. Jeder Mann bekommt eine Lizenz, aber dafür muss man Auflagen erfüllen. Das heißt, man muss die folgenden Dinge beachten. Erstens, man prüfe, auf welchen Inhalt genau sich die Lizenz erstreckt. Zum Beispiel sind an vielen Stellen im Web, so auch in der Wikipedia, Texte neben Bildern vorhanden und auf beides besteht ein gesondertes Urheberrecht. Zweitens, man prüfe, ob man die Vorgaben der Lizenz einhält. Was genau sich hinter jedem Baustein verbirgt, das erklären wir mal in einem anderen Video. Im Falle von Herrn Bernd steht das Foto unter der Auflage bei, also Namensnennung. Damit wären wir bei drittens. Man nenne den Namen des Urhebers. Und zwar nicht irgendwie, sondern man nenne den Namen des Urhebers so, wie der das vorgegeben hat. Als nächstes, man gebe einen Hinweis auf die Lizenz. Dazu gehört auch, man muss einen Link zum Lizenztext beifügen. Sechstens, man vergesse nicht, den Titel des Werks zu nennen. Das ist zwar häufig nervig, weil manche Werke blöde Titel haben, aber es ist nun mal eine Auflage. Siebtens, man darf die Lizenzangaben nicht verstecken. Es gibt allerdings keine genaue Vorgabe, wo exakt der Hinweis platziert sein muss. Am besten ist es, wenn der Hinweis direkt am Bild zu finden ist. Achtens, man kennzeichne Abwandlungen. Das bedeutet, wer einen Inhalt verändert, muss das deutlich machen. Jetzt noch ein Hinweis, der gar nicht direkt mit der Lizenz zu tun hat, aber der Lizenz wegen sehr häufig übersehen wird. Man vergesse nicht, auf Persönlichkeitsrechte und Datenschutz zu achten. Denn eine freie Lizenz regelt nur das Recht des Urhebers, also zum Beispiel des Fotografen. Das Recht der abgebildeten Person ist davon vollkommen unberührt. Als Zugabe haben wir noch eine Sache, die gar kein Muss ist, aber sehr hilfreich. Zehntens, man setze einen Link zur Fundstelle. Und so sieht er aus, der ideale Lizenzhinweis. Und nicht vergessen, bis auf den letzten Hinweis sind alles andere Muss-Auflagen. Wenn eine der Auflagen nicht erfüllt wird, ist die Lizenz nicht wirksam und man begeht beim Kopieren und Veröffentlichen einen Verstoß gegen das Urheberrecht. Zur Vereinfachung haben wir das für Herrn Berndt auch noch einmal als Checkliste aufgeschrieben. Und jetzt viel Erfolg bei der Präsentation, Herr Berndt. Veröffentlichung haben wir das für Herrn Berndt auch noch einmal als Checkliste aufgeschrieben.